Oder nicht, aber da wird uns schon was einfallen. Genug Spiele haben wir ja. Äh, ja. So was wie Saints Row wäre bestimmt mal wieder witzig. Saints Row als Streaming Game. Das wäre doch voll witzig. Ja, irgendwie schon, ne? So tatsächlich sich dann als Ziel setzen 100% zu kriegen. Und das dann so als Streaming Game. Gute Idee, machen wir. Finde ich eine saugute Idee. Ey, gib mich mit ein, was ist da los? Nein, nein, das Spiel, was wir als Streaming Game nutzen. Und das kannst du leider nicht mitspielen. Obwohl es lustig wäre, wenn sie es könnte. Ja, aber es geht halt nur zu zweit. Ich muss gerade nochmal schnell was gucken. Oh nein, ich kann keine Herausforderung aussehen. Nein, ich hatte nur Dave gefragt, wenn du dann heute ins Bett musst, wegen morgen arbeiten, ob er dann direkt mit ins Bett geht. Aber ich stehe ja direkt auf eigentlich faktisch auf, wenn sie aufsteht. Also ich weg, also so irgendwie gesagt, dann gehe ich los, Viertel vor sieben. Weck ich ihn da meist. Das stream ich noch, ne? Spass. Nein, nein. Tatsächlich würde ich ja am liebsten als Streaming Game Anime Crossing spielen, so für alleine. Aber, ähm, naja. Hat keine Capture-Card mehr. Vielleicht irgendwann. Wer weiß. Ja. Okay, geil. Direkt an dem Gen, geil. Ich werde sterben, ich habe Nähe einer in der Nähe. Werner ist Obsession? Dass irgendjemand Obsession wird, ist es ja schon wieder, hoffe ich, nicht wieder der gleiche. Nein, dass irgendjemand Obsession wird, ist ja klar. Allein wegen D-Strike. Ja, sie sieht anders aus. Alles klar. Rot? So ähnlich. Rotes Tuch, ähm. Achso. Kann ich jetzt aus dem Schrank wieder raus? Ich bin kein Deweid. Hi. Hi. Was ist bei mir? Und hat mich im Schrank gefunden. Wahrscheinlich wollte sie sich in der Axt holen, aber... Ne, sie hat noch keine geworfen. Läuft irgendwie grad nicht so. Eigentlich nicht, ne? Ihr seid schuld. Nein, Spaß. Kommt grad wieder. Lass mich. Hat sie dir Schelle gegeben? Ja. Okay. Hat sie. Geht ins Haus. Nea ist bei mir. Mhm. Lebst noch? GG. Macht jemand ein Tote? Nein. Tanatophobie wahrscheinlich. Mhm. Nein. Tanatophobie ist doch kein Dings. Ja, stimmt. Oh nein. Hasi hat mich gefunden. Fernando, du läufst in unsere Richtung. Wir machen den Jens. Nein, jetzt läuft sie nicht mehr. Jetzt kriegt sie. Oha, hat sie nicht gemacht. Sie läuft immer noch in unsere Richtung. Ich lauf doch grad in die andere Richtung. Weißt du sie überhaupt Äxte? Ja, tut sie. Ah, da hinde ich gerade. Aber nicht gut. Was war daneben? Oha. Bäh. Ich hab deinen großartigen Fähigkeitscheck gesehen. Mhm, dreimal hintereinander. Ich hab nur einen gesehen. Wie ist denn? Grenze treten wollen? Ja, General Rush of Doom hier. Ja, sie hat mich verloren. Glaub ich nicht. Hast du noch am Rücken kleben. Also, kommt gleich mal in meine Richtung. Ja, dann machen Jenny da eine, ja. Boah. Oh, Alter, was ein Flip, ey. Sieht aber auch gezielt nach mir. Kommt in eure Richtung? Ne, in Neas Richtung, Entschuldigung. Ne, ist doch eure Richtung, Entschuldigung. Gott. Ich glaub, ich hab hier ne ganz günstige. Ich bin keine Claudette. Ich hab hier raus springen sollen, in dem Moment, wo sie den anderen Schrank aufgemacht hat. Ja, bestimmt ruft der Karten, Schwester. Nee, er rückt mich. Weiß. Wir schaffen das. Ich komm zurück zu euch. Ich hör nichts mehr. Ja, sie ist ja weg von dir. Ich suche dich. Wenn ich dich scheiden kann, da oder hinten. Die Chance, dass sie ruft der Krankenschwester hat, ist sehr hoch. Ja, aber wenn wir sie nicht hören... Sollte ich auf mein Handy gucken. Voll gegen das Zeigerrand hier. Warum willst du auf dein Handy gucken? Hallo. Weil ich, äh, wegen der Vorabsprache, wegen Tid. Was denn? Ich wollte eigentlich nur OK schreiben. Hm. Und da hab ich voll vor diesem Holzbalken da gelaufen. Oh, hast du das gesehen? Hm. Ich hab nicht hingeguckt, aber ja. Oh mein Gott. Ah, und schon wieder. Uh. Boah. Wir sind gleich da. Nur die Ruhe. Ah, sie ist noch bei mir in der Nähe, also... Das ist klar. Oh mein Eu. Ah. Ah, sie hat eine Axt im Anschlag. Das klingt gut. Das klingt... Was? Oh, dann müsst ihr jetzt sterben. Na her, wo kommt ihr denn her? Oh, ne, tut mal ebenso als auch. Hm? Ah. Los. Hör auf, die an mir abzuwischen. Hm. Hör auf, die an mir abzuwischen. Ah, Schuh! Werde jetzt nicht retten, ich hing schon zweimal. Ich auch. Ich hab trotzdem... Ich hab trotzdem Hase an mir. Oh, Vorsicht. Alles gut. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Vorsicht. Gleich an dir dran. Meist Axt. Macht ihr da schon wieder? Mit Hasi spielen. Okay. Fuck. Ach, die geht zu dem Haken hier. Äh. Leider nicht. Hm. Schade. Ja gut. Ein Solo-Balli-Block macht auch keinen Sinn, ne? Für kurz tatsächlich schon. Ja gut, aber wenn du hier vor ihr hockst, dann... Ja, dann bringt das nicht viel, weil der Weg wäre viel zu kurz. Naja, aber ich sag trotzdem mal, wenn sie es nicht gecheckt hätte, dann... Ist übrigens Rang 12. Okay. Und hat Drenor. Kein Scheiß. Okay. Was macht denn der Random? Der macht einen Drenor. Und verkackt. Der Random ist... rennt jetzt gerade weit weg von euch. Da schleicht ne Claudette rum. Boah. Der macht den Drenor weiter. Diese Scheiß-Kabelrolle! Ich bin auch ein Idiot, ey. Ich muss natürlich direkt durch so eine enge Gasse laufen. Tschüss! Na, kommt er wahrscheinlich sowieso zurück. R, C, S, H, C. Und jetzt näher? Hm. Aber näher tanzt ich hin? Boah! Regt mich das auf, hier! Scheiß fucking Leertaste! Oh, Alter, ey! Oh! Geld, das da drüber prügeln! Ja! Nein! Ich drücke sie und sie so... Oh, ich muss die Palette umschlagen! Oh, ey! Ah! Dann ist das so! Nein! Aktien! Doch! Ist aber so! Ich hatte keinen Spaß, einen. Naja, nur im, was er so hatte. Oh, die sieht doch ganz süß aus eigentlich, ne? Habt ihr die mal angeguckt? Verblüffen. Und dann Autophobie. Mit so Popelperks. Weißt du, wir sind einfach fertig. Ja. Mhm. Wir sind halt schlecht? Ja. Achso, hast du das geguckt wegen Partyluftschlagen? Äh, nein. Ich hab Dave gerade gesagt, er soll mal gucken, wie ein Partyluftschlag, dann können wir alle drei welche mitnehmen. Das wird witzig. Wir werden so schnell sterben. Ja, ich weiß. Ich drücke die direkt auf Bereit. Chill! Ich schaue das bei ihm quasi trotzdem. Natürlich drücke ich direkt auf Bereit. Ich habe keine Partyluftschlagen. Nirgendwo ist kein Charakter. Ähm. Weg vielleicht. Weg vielleicht. Weg hab ich keinen. Flutnetz? Auch nichts im, ähm, im Flutnetz vielleicht? Ich geh sie selber gerade durch. Hätte auf Dave King hab ich Partyluftschlagen. Ich habe auch gerade vergessen, die Folge aufzunehmen. Na komm. Machen wir jetzt echt alle Partyluftschlangen mit? Ja, aber ich würde gerne einmal herausholen. Ja, warte, ich nehme auch Partyluftschlangen mit. Das wird voll witzig. Irgendwie so meine Zweifel. Ach, wir machen einfach ein Gen-Wash. Spät schon. Ja, dann haben wir wieder so Level-8-Killer oder so. Und dann am besten noch das, dann können wir direkt aufgeben. Nein. 15 Embleme der Bronze-Qualität oder mehr. Oder besser. Das geht ja. Ach komm, ich nehme jetzt auf eine Taschenlampe mit. Versuche ich immer mein Glück. Habe ich nur noch Dwight auch was gehabt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch irgendwas Schönes, was ich... Ich hätte einen Schlüssel, den ich mitnehmen kann. Scheiß einfach mal gönnen. Was willst du gönnen? Einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Alter, alle Partyschlangen plus einen Schlüssel. Der Killer lässt uns im Leben nicht. Äh, wir in Ruhe. Obwohl, nee, Schlüssel wäre jetzt nicht so die gute Idee. Dann sterbe ich nämlich sofort. Ich nehme die Taschenlampe mit. Ob das einen Unterschied zu allem anderen macht. Tatsächlich, wenn du einen Schlüssel hast, wirst du nach Möglichkeit des erstes getötet, ja. Was eigentlich nicht viel bringt, weil dann liegt der Schlüssel da und dann kann ein anderer sich den nehmen. Klar. Aber die Chance, dass jemand anders diesen findet und sich merkt, wo du gehangen hast, ist natürlich geringer, als dass die andere Person einfach abhaut. Gut. Hm. Sorry. Passiert. Jetzt hast du wenigstens, äh, Dead Heart. Bam. Ja. Bam. 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 Zoom! Hi! Hm! Hahaha. als karlsrohr 88 stunden dbd mal gucken was jetzt so abgeht ich hoffe ich hab die partyluft schon mal mit 1 2 3 ok der kill hat noch mehr jetzt haben wir alle 300 prozent mehr blutpunkte und der killer 375 ja vielleicht macht der killer ja jetzt auch nix das wäre schön das glaube ich nicht er hat selber was mitgenommen blutpunkte zu kriegen ja aber wenn er das dann sieht dann denkt er sich boah geil da profitiert ja jeder davon ne so ein boba in das haus oder so aber der hat davon gar nicht profitiert ne der schaut einfach nur selbst aus so ein bisschen angst verstehe ich nicht jetzt gleich so einer disconnect ups los geht's oh god oh nein grad weiß ich überhaupt nicht auskennt ne mag die map nicht da verlaufe ich mich immer ja hey wer ist das denn hier ach das scheint eindeutig zu sein ach das scheint eindeutig zu sein oh nein ich hab auf jeden fall schon mal headshot ja ich auch hier ist ein tod hin das mach ich jetzt kaputt doch wenn es nicht aktiv ist ach das man weiß ja nie ist der oben unten ich glaube es ist der spirit wenn ich das gerade richtig gehört hab ah black pearl ist da unten okay lass mal irgendwas machen um punkte zu schau ich will auch krieg nur keinen check jetzt krieg ich einen weil der gehangen wird ne ist hier noch jemand naja ah ich guck mal dass ich ihn rette okay klar bittig geschlagen ich hab schon einen herzschlag es ist definitiv der spirit wie bist du auf dem welchen nein ich geh hin ich renne grad vom spirit weckt also ich renne extra nach oben ja oh god hoppla oh mein gott nicht oh wir müssen hier einen haken ja bestimmt in der nähe oder solche wieso haben wir nicht ach ne dann hätten wir keine party luftschlangen gehabt warum haben wir nicht was warum haben wir nicht was oh fuck you egg was nicht so kräftige worte hier hab ich nicht alter hier ist einfach nichts ja da ist nichts da ist nichts ah ich bin auch unten ich bin auch unten nicht 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 ich werde schon aufgehoben achso hier ist der gin gleich fertig sehr schön ich such grad im keller also ich such grad hier unten ein nein ach mann du bist doch dumm wer ist dumm so ein pallet race einfach nur dran vorbei rennen und die pallette umschmeißen davor der killer noch 3000 kilometer weit weg ist oh hier ist ein gin äh der killer hat die ich weiß nicht mehr wie das perk heißt dass der ähm dass du diesen schwierigkeits äh diesen schwierigkeiten genau überladen genau der danke rettest du den ja ja wenn ich weiß wie ich hier hochkommen tschüss fuck lass den mal sonst heilen ach fack ach ja doch haha Mama hab ich vorhin schon zum ersten skillcheck bei ihm verzauern bei ihm verhauen bei ihr in dem fall Jen, da oben ist einer an dem Jen Die scheiß Treppe hoch Da Here I am Once again Mmh, lecker Oh Die macht gerade einen Karsenlauf, ich seh sie nicht Hallo Ich seh dich nicht, du bist auch weit weg, okay Da bist du Ich hab mich leider selbst ins Dich manövriert Das ist hässlich Ich weiß zwar, dass du Phasenlauf gesagt hast, hi Aber ich hab Karsenlauf, verstanden Ja, ich auch Basewalk Ich hab Harten Sag Weiß halt nie, oben, unten Ja, das ist das Problem auf dieser Map hier, ne So, überladen Bam Oh nein, sie kommt Da ist Fatum Bin unten Mit Madame Okay Okay Geh wieder hoch Scheiße, ich bin der Sack, der ist da gelaufen Ob ich sie fertig liege Was, wie spät wir haben, ja Ich bin gerne noch Mein Gott, ey Ich weiß wieder nicht, ob sie oben oder unten ist Ich auch nicht, aber Ich hoffe nicht, hier raus zu gehen Sie hängt ihr im Schrank hier, Dwighties Sie ist unten Okay, ich bin auch unten, kacke Wo ist sie denn? Oh, da, alles klar Ja, du warst sehr nah Ich wollte nichts sagen Ich würde eigentlich den Jen in den Dings machen In dem Badezimmer sozusagen Ach, du auch, ja? Leute Ja Ja Leute Ich wollte sagen, ich renn von der Richtung Weil ich keine andere Wahl hatte Alles gut, ich bin in die andere Richtung gerade gelaufen Schade Ich dachte, ich könnte sie lange genug ablenken Taschenlapp ist überhaupt nicht mein Ding, ey Paschenlauch Hinter Black Pearl hinterher Ich musste leider weg von der Oh Mann Bevor leider war Ich bin da direkt in der Nähe Ja, Black Pearl ist jetzt tot Ah, lass doch Genau, über dir Aua Ey, du Ey, der lässt dir die Oh mein Gott Mich erschrocken Achtung, sie rennt weiter Wo liegst du? Ich seh dich nicht Ich auch nicht Ich war eben genau über dir Aber sie kommt zurück Oh Jaja Hier bin ich Und weg bin ich Hüh Oh nein Fuck Oh nein Äh, gut Mich nimmt sie mit? Hm, okay War toll Ich hätte dir eigentlich durchhalten können Guck, was ist mir aber nicht Musst du mal die Leiter hochklettern hier? Äh. Nein. Meine Jacke backt. Also, was wir sonst auch mal ins Team zocken könnten, äh, wäre Warzone. Ja. Hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Oben oder unten? Oben. Ich wollte eigentlich in den Schrank springen wieder. Ähm, ähm. Sag mal, Mädel. Was? Oh, oh. Oh. Da läuft einfach so ganz gemütlich hier. La, 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 la. Facewalk. Oh, Mann. Geh' ich mal weg. Ich glaub' die Meg, also, der Renan weiß auch nicht wohin. Ich werd' auch nur blöd hinterher gerannt. Ähm, wie weit bist du hochgehalten? Ähm, gleich fertig. Alles klar. Geh' weg, Meg. Genau. Jetzt. Wenn der Killer kommt, halte ich mir die Taschenlampe ins Gesicht. Kein Thema. Ich hab' auch ne Taschenlampe. Ja, komm, ja. Spiel an mir rum. Uh. Uh. Aber jetzt grad macht die auch nur noch Punkte. Die kommt zurück zu euch, glaub' ich. Uh. Weg. Hab' ich hier keinen Gen? Mann, Mann, Mann. Hieronimo! Hm. Oh, hier ist nur der Ausgang. Hm. Ich hasse diese Map. Gottverdammte Scheiße. Ja, ich such' hier immer Jens und Fenty nicht. Hm. Mhm. Wo? Hi. Hier ist kein Gen, kann ich dir sagen. Nein, aber hier ist irgendwo... Sie. Nee. Weißt du, um ein bisschen Realismus mit reinzubringen. Vielleicht ein Kabel verlegen, um da einfach den... Hier ist ein Gen. Was? Oh nein. Oh nein. Nee. Bist du jetzt oben oder unten? Hm? Joanna, bist du da jetzt runtergesprungen oder bist du noch oben? Ich bin unten gesprungen. Ich komm hier nicht raus. Wie, du kommst hier nicht raus? Ist das irgendwo unten? Ich meine, es gibt hier noch drei Gensets auf der Map. Wir werden ja wohl einen finden, den wir jetzt machen können. Und die scheinen alle unten zu sein. Ja, einer ist in dem... Äh, in dem Dings, in dem Gordon... Dingskeller. Ich durfte den Jen machen hier unten. Der hat mich nicht, äh... verprügelt. Tatsächlich ist okay, wo du bist. Ich lauf' jetzt zum Killer. Schöne, wenn du da bist du. Mhm. Da würde ich mich sogar hängen lassen. In dem Gordon-Adam-Keller. Lass' mal los. Ich hasse diesen Steam-Check, ey. Ich hasse diesen Steam-Check, ey. Ich renne hier einfach dumm durch den Keller. Ja? Ja, warte. Wir machen jetzt hier... Machen die Dorte auf. Lass' Neo liegen! Lauf! Lauf! Okay, tschüss! Tschüss! Ja. Hier ist eigentlich nur noch Punkte-Farming wahrscheinlich. Ähm. Ja. Mädel! So eklig. Ich hab'n Ausgang gefunden. Willst du dich da hängen lassen, oder was? Kann sie ruhig machen, wenn sie will. Space, springen! Sag' mal! Was? Sie wollte springen, gerade während ich einen Skill-Check gemacht habe, weißt du? Kannst du einfach stehen bleiben Seid ihr immer noch unten? Ja Wir sind noch unten Dass wir jetzt die scheiß Treppe finden, ist ganz gut, dass die so markiert sind So, Ausgang? Ach der ist ja schon offen Ach das ist an der, den ich gerade aufgemacht, ich mach gerade noch den anderen auf Ok, ja dann stehe ich halt am Ausgang, meine Güte Premium Gameplay, ich stehe am Ausgang und warte Was macht ihr denn hier? Ich mach den Ausgang auf Warte, war der Killer noch hier dann näher? Hm Keine Ahnung, wollen wir sonst rausgehen? Geht ihr auch was? Ne, Joanna will sich doch hängen lassen Ja, ich weiß nicht, ob sie kängen würde Na, sie hat dein Signalisieren gesehen? Ja Ich geh schon mal Ich brauch einen Haken Ich brauch einen Haken? Na, ich geh schon mal raus Bei Notfalls kann Joanna ja auch einfach abwarten Ich will einfach so einen Haken haben Bonus nach dem Spiel Plus 65.000 Und ich war sogar die Letzte Ja Ja Die waren nicht mehr schnell genug Hm Partie 121.000 Gesamt 150.000 Was perfekt 8.000 8.000 8.000 8.000 Und 6.331 Ja ok, ich hab später den Killer leider nicht mehr gefunden Sonst hatte ich immer ein paar Punkte gehabt Corona-Bärchen Corona-Bärchen Boah, es ist das mit Strickjacke zu warm, dann ist das ohne zu kalt Etwas Ist der mein Pip? Ach so Ok Alles klar Blick Schade, ich hätt's ihr gegönnt, aber die Zeit war so knapp So wurdest du quasi einfach aus dem Boden aufgespießt Sie hatte mich aufgehoben, wurde dann aber gezwungen mich wieder fallen zu lassen Das war das Blöde Ah ok Ah, schau, schau Weißt doch, er suchst einen Haken, findest du keinen?